Was ich auch fühle, du wirst verstehen und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst und dass du mich beim Namen nennst und mir vergehst. In der kleinen Andacht für heute, Dienstag, greife ich den Gedanken auf, den Maurizio und Miriam in der vergangenen Predigt thematisiert haben. Es geht um Heimat. Unser Glaube ist von der Überzeugung inspiriert, einer Heimat in einer zukünftigen, besseren, ewigen Welt zu finden. Wie beim Auszug der Israeliten aus Ägypten setzt diese Vorstellung einer zukünftigen Heimat auch uns in Bewegung. Wir sind auf dem Weg an einem Ort, von dem wir hören, an den wir glauben, den wir aber noch nicht kennen. Das ist die himmlische Heimat. Der Hebräerbrief des Neuen Testamentes thematisiert diesen Gedanken. Dort heißt es in Kapitel 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Dieser Satz aus dem Hebräerbrief setzt uns, wenn man so will, auf gepackte Koffer. Nichts bleibt, so klingt es an. Alles ist vergänglich. Wir haben hier nichts Bleibendes. Im Gegenteil. Wir sind wie Wanderer, Passanten, Vorbeigeher. Wir sind Gäste auf Erden. Und Gast auf Erden bedeutet, wir mögen uns zwar hier einrichten, wir mögen uns materiell sichern, wir mögen uns gegen manche Unsicherheiten auch versichern, wir mögen uns in einem gewählten Beruf zu verwirklichen trachten oder uns das Leben verschönen oder unsere Erdentage durch Bildung und Reisen so angenehm wie möglich gestaltet haben, aber über all dem steht und schwebt dieses Tiefe, dieses Notwendige und manchmal so bittere Göttliche befristet. Gastrecht, so meint das Neue Testament der Bibel, ist nicht Heimatrecht. Wir sind und bleiben unterwegs auf der Suche nach der Heimat, nach dem Sinn, nach dem Steten, nach dem Bleibenden. Und bis es soweit ist, leben wir in Bewegung. Bewegung aber bedeutet Veränderung. Wir verändern uns ständig. Unser Aussehen verändert sich. Wir bekommen Falten, werden krank oder wir werden gesund. Und Leben gibt es ja nicht im Stillstand. Auch Beziehung verändert sich. Zu den Kindern, zu den Freunden, zu geliebten Menschen. Andere werden geboren. Veränderung macht aber auch Angst. Man muss loslassen, Vertrautes aufgeben, sich an neue Menschen oder neue Aufgaben gewöhnen. Es gibt Augenblicke, da wünschen wir uns die Erfahrung von Ewigkeit. Wenn wir intensives Liebesglück erleben zum Beispiel, auf einem Familienfest oder in besonders frohen Tagen. In solchen Augenblicken bewegt uns die Sehnsucht nach Beständigkeit. Dann möchten wir, dass alles so bleibt, wie es gerade ist. Dann, in diesen glückserfüllten Augenblicken, fällt es uns manchmal schwer, uns mit der Vergänglichkeit alles Erdischen abzufinden. Dann wollen wir hier am liebsten Hütten bauen, in denen alles so bleibt, wie es ist. Das Leben soll so bleiben. Die Gemeinde soll so bleiben. Die Kinder sollen so bleiben. Die Arbeit soll so bleiben. Ja, es gibt diese Hütten. Zum Beispiel auch Denkhütten. Das könnte unser Lehrsystem sein. Wehe, wenn dann jemand neuen Wind hereinbringt. Und dennoch, wir haben hier keine bleibende Stadt, so meint das Neue Testament. Beim Nachdenken wird uns klar, dass es gerade die Vergänglichkeit ist, die unser Glück und unser Leben so kostbar macht. Wie sagte noch Hermann Hesse in seinem Gedicht Stufen? Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinen wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch, einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus den Herrn als Retter, so formuliert es Paulus im Philippabrief Kapitel 3. Nun, das kann ja alles so sein, regt sich Immanuel auf, der ohne Familie, ohne Kontakte, ohne Bleibe aus Togo kam. Für euch ist unterwegs sein einfach. Ihr wisst nicht, was es heißt, draußen zu sein. Immanuel aus Togo hat vielleicht eine größere Veränderung hinter sich, als wir je in unserem Leben erlebt haben und erleben werden. Er hat alles verlassen. Er kam hierher. Er ist zwar da, aber nicht drinnen, sondern immer noch draußen. Wissen wir, wie es sich anfühlt, draußen zu sein? Kennen wir das Heimweh derer, die sich fremd fühlen? Können wir uns die Angst der Flüchtlinge und Migranten vorstellen? Es geht nicht nur um die Not derer, die weit weg von zu Hause sind. Auch mancher, der vor die Tür gesetzt wurde, weiß, was es heißt, nicht mehr gut genug oder zu alt zu sein. Am Arbeitsplatz, in den Beziehungen, in der Gesellschaft. Das ist keine positive Mobilität, sondern die Hoffnungslosigkeit derer, die ihrer Familie keine Zukunft sichern können. Keine bleibende Stadt, das ist ein Bild für Vergänglichkeit, aber auch für die Urangst der Opfer, die den Rhythmus der heutigen Welt nicht einhalten können. Wir Menschen brauchen eine Heimat. Ja, wir haben sogar einen Anspruch auf Heimat. In der Schweiz gibt es das Heimatrecht bis heute. Kirche hat zu allen Zeiten auch die Aufgabe, Heimat zu sein. Obwohl hier nichts bleibt, brauchen wir Häuser, Hütten, Kapellen und Kirchen, um mit Menschen ein Zuhause zu bilden und auch zu bieten. Und wie kann das aussehen? Wie könnte Gemeinde zur Heimat werden? Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das aktive Moment des Bibelwortes drückt sich im Verb suchen aus. Die Identität der Gemeinde und der Kirche, die die zukünftige Stadt sucht, ist nicht ihre Mobilität, sondern ihr Ziel. Mit der zukünftigen Stadt ist die Ewigkeit bei Gott gemeint. Wir haben also einen weiten Blick. Suchen, das ist ja sehr aktiv. Ich lese den Satz so, dass dieses Suchen Zeit unseres Lebens nicht aufhört. Natürlich könnte man sagen, der, der an Jesus glaubt, der hat gefunden. Ein Suchen hat ein Ende. Der heißt Kind Gottes und damit ist er auch Erbe, nach Galater 4, Vers 4. Dieser Mensch weiß, was Heilsgewissheit bedeutet, ein herrlich alter Begriff, Heilsgewissheit. Reicht das aber, ist das alles? Ich glaube, Zukunft, Ankommen, Heimat und all das, was wir damit verbinden und ersehnen, fällt uns nicht in den Schoß. Ist nicht schon längst bequem ins Trockene gebracht. Die zukünftige Stadt suchen wir. Wer jetzt noch keine Heimat hat und beginnt zu suchen, dem sagt die Bibel, es gibt eine zukünftige Stadt, auch wenn hier alles vergeht. Es gibt Zukunft und Heimat, wenn wir die Augen offen halten, wenn wir suchen und uns finden lassen. Es gibt Orientierung und Halt, wenn wir zu Gott hindenken, egal wie groß die Fragen um uns herum auch sein mögen und was auch immer die Zukunft bringen wird. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Es kann anders, neu und richtig werden. Die Sehnsucht danach ist uns längst ins Herz gepflanzt. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich wünsche dir heute an diesem Tag den Segen unseres Gottes. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nimmst und mir vergisst. Ja, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.